recht herzlich willkommen zur 136 folge von grand age medival ja wir sind hier unterwegs um diese stadt einzunehmen 60 370 bewegt sich gerade nichts und wir kämpfen hier gegen eine übermacht schon wieder also das war es dann auch schon wieder oder wie sehe ich das aber dann hier noch truppen eigentlichen anstieg aber die kommen auch nicht raus und da unten ist dann schon wieder vorbei ja die leute verlieren wir auch dann war es das auch dann müssen wir mal gucken dass wir woanders was hinkriegen 60 hätten wir jetzt die stadt da und läuft ganz vergessen das geht da wollte ich gar nicht in so viel geht da was also haben wir schon gemacht da wird aber nicht ausgebildet weil was fehlt baubaren okay die sind schon wieder alle erledigt also hier oben hat mit der stadt da ist sogar eine truppe schon da dann machen wir hier noch ein paar her was steht da über die gewinne sind so schlecht wird nicht lang dauern nehmen wir gerade den wahren auf mit 40.000 war ja was das hat sich gelohnt da ist noch einer 8000 8000 ok aufsitzen dann geht immer dahin aber nicht diesen weg oder doch könnte da gehen ist egal machen wir machen wir gehen dahin machen wir gehen auch dahin und die kommen auch da das sind die coolsten mit ihrem so viel gelaufen so hier ist alles prima da waren wieder welche fertig geworden so viel gelaufen die laufen nach so viel jawohl wunderbar und hier unten ist auch noch mal jawohl oder ja wir reiten los wo ist wo ach gott hier bin direkt von die luchse das war es dann auch die luchse haben die überhand die anderen kommen hier nicht raus die werden jetzt nicht fertig schade ne britene einheit ist erledigt 10 9 8 und die sind tatsächlich geflohen na da lasst die sich da in jetzt mir erst mal generieren oder regenerieren und die anderen schicken wir wieder rüber da sollen wir hin ja läuft ne ist gebund so wie sieht es mit der cola aus 1,6 1,7 millionen geht eigentlich könnte schlechter sein auf geht's darauf geht's können wir gerade hier reingucken ob wir noch ein paar nachlegen können können wir auch das müssen wir auch noch beachten dass wir immer schön viele dabei haben so das läuft hier war nichts was vorangeht noch zwei hinterher schieben und hier geht auch nix ne gar nix gut jetzt sind wir da und schon einige aber die reichen noch nicht das macht ja das macht ja reiterei hier unten ok dann müssen sich die einen noch erholen das wollen wir noch nicht dass wir die losschicken dafür können wir die schon da einschicken und die auch auf geht's und da haben wir noch die meckerköpfe was so viel gelaufe ne so weit ok ja und hier ist ein bisschen geld unterwegs jetzt einzusammeln so viel gelaufe ok war jetzt nicht so der prägelnde so viel gelaufe da war der zweite hoffen schon leider weg da sollen wir hin ja überall jingles sicher ist gewandt ist gewandt genau ach menno ach menno 12.000 points geholt und hier unten ist bestimmt auch noch was fertig dann sind wir ein bisschen zu weit weg und wir kommen da auch noch hin so dann wo ist jetzt der angriff bestimmt hier unten bei den bären wieder ok diesmal wir aber bessere karten ok der letzte luchs wird nicht lang dauern halt stopp hier will ich den wahrenhaufen erst haben aufsitzen da ist auch noch einer wird nicht lang dauern da ist auch noch einer oh die kommen alle hier hin du glaubst es nicht das ist ja jetzt ganz schlecht gelaufen da habe ich die wohl eben aus versehen mit erwischt das ist unmöglich ziel muss eine stadt sein ausgeschlossen wenn er mitgenommen jetzt dass der ziel eine stadt sein muss auf 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 wir reiten los wir reiten los ja so gut wie da so gut wie da so gut wie da aufsitzen wer wird wo angegriffen da unten aber das ist schon vergangenheit und ab in diese stadt ok 53.000 es wird weniger aber da ist einer irgendwo falsch gelaufen aber ist auch nicht schlimm das läuft auf 52.000 hin was soweit 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 genau da kommt noch wer nachguckt machen wir die meckern jetzt auch nochmal muss das sein muss sein ok das ist auch noch dein 50.000 geht schon runter ok reiterei haben wir eine kommen die schwingen wir da rüber wir reiten los weiß ich wo die lang reiten aber wir reiten los hier reingeguckt passiert nix dieses städtchen macht auf jeden fall was die schwertkämpfe funktionieren hier wird gegen luchse gekämpft und die mecker pötter ausbilden hier wird wahrscheinlich noch ausgebildet oder da passiert aber nix und hier haben wir noch fünf die funktionieren aber so da haben wir schon oder ja gott dann sind wir jetzt hier am kämpfen abgängig statt 47 da sind es drei weniger geworden hier unten ist kampf aber das schon weg nächste auch gleich weg ja sieht gut aus oder ja ja reiterei holen wir da auch noch hin die mecker pötter muss das sein muss das sein sicher ja das geht schnell da ist nix fertig geworden hier gibt es noch was auch noch eine einheit warte mal die da oben vielleicht noch jo dann schicken wir die auch noch da ein einheit ob jetzt sich darum läuft jetzt hier ist auch noch eine einheit nachfolge machen wir das läuft hier ok überall leute die da unten campen wollen da sollen wir hin genau so was machen die pferde kommen keine mehr und lass mal gerade reingucken da können wir neu 5 machen 1,2 millionen haben wir geht also den schwerträger hier hat noch reingeschaut 36 nur noch so gut die darunter nochmal sicher sicher das ist alles gut das auch da gibt es nur ein ach so dahin schicken sollen auch noch machen wir und alles andere läuft ne da ist keiner da ist keiner da sind auch keine so jetzt noch kurz nach reiterei gucken läuft aber noch so ja irgendwo hat es gerade gejingelt ja auf geht's auf geht's auf geht's wie ist denn hier auf geht's 30.000 runter das ist doch schon mal was oder er hat 4,6 3,8 es sieht gar nicht so schlecht aus diesmal ne 2,2,2,3 2,2,3 nicht lang dauern flanken flanken besetzt truppen da erledigt und die dinge in cd landwehr ist nur noch mit einem vertreten da kann da können wir die noch holen ach so da drüber war die landwehr glaube ich noch ne aber die wird gerade nicht ausgebildet oder wie sehe ich das ja dann machen wir das doch mal schnell wieder so da ist auch was fertig 2 schwertkämpfer bitte einmal hier läuft schon ganz gut so hier unten ist noch ne reiterei fertig da war so vier wird nicht lang dauern na genau noch 20 und jetzt geht's auch schneller irgendwie kommen noch zwei und mit angegriffen das müsste aber ein händler sein oder so genau spieler hätte es auch sein können da kommt noch ne reiterei dazu wir sind schon bei 19.000 durchgebrochen ja und dann brauchen wir jetzt nur abwarten bis das hier runter gelaufen ist dann haben wir die stadt hier eingenommen das ziel war das ja ne da ist nix da auch nicht aber da drei stück sogar so viel gelaufen erlaubt ihr mal ein bisschen da ist nix und da gibt es ein paar weiter aber auch nur eine runde wird nicht lang dauern ja da sind wir schon gut voran ne 15.000 unterstritten warten muss grad ab läuft eigentlich ne 15.000 unter 14 ja unter 14 13 weg zwölf weg war verdammt gut elf weg zehn weg kurz da irgendwo gejingelt hat es wieder nehmen wir die beiden auch noch wieder mit bringen die hier runter ach menno ja 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 ach menno hier ist nix vielleicht ist unten noch ne reiterei aber ich glaube nicht ne oder doch das müsste dann aber auch die letzte sein aufsitzen so 6.000 also 7 6 drunter jetzt 6.500 die stadt haben wir gleich erledigt und dann ist die geschichte weitergehend dann hören wir das gleich nochmal an oder hören vorher auf gute frage ne hm warte da 4.000 soldaten drinnen oder was wir belagern die stadt die hunger mal aus nur 3.000 drinnen nur noch 3.000 runter zu zählen verteidigung ist gleich durchbrochen irgendwie bleiben drauf so noch 2.000 dann geht gleich die geschichte weiter noch 1.000 500 300 200 und los geht's Ziel erreicht ok ok ihr habt gut daran getan den normannen ihren rechten platz zu weisen ich denke schon bald werde ich einen neuen kaiser salven dieses fest es soll das größte und schönste werden das die untertanen je erleben durften wäre es nicht gut schon einmal mit den vorbereitungen zu beginnen mhm na super also wir müssen nur waren verkaufen mein backbarn und fleisch die warenmengen die der patriarch fordert sind ja riesig das sieht für mich nach einer hinhalte taktik aus das ist die frage ne wir haben da ja unseren unsere händler die ja automatisch hingehen ne aber ich denke wir ziehen mal unsere truppen hier zusammen und holen uns unsere stadt ahler noch wieder das ist nicht so schwer das machen wir ne ist auch nur 30.000 drinnen kriegen wir so geregelt gut ach guck er hat 3 von 100 verkauft unser händler macht ganze arbeit ja das ist jetzt die frage dann ne aber rein theoretisch geht das von alleine die reiterei haben wir zwei ja noch dazu die gehen wir auch noch grad noch alle rein was alles gut ne ja gut aber wir machen jetzt erst denke ich eine pause und ich würde sagen recht herzlichen dank fürs zuschauen und ich würde mich freuen wenn ihr das nächste mal auch wieder mit dabei seid und bis dann tschüss